Hände auf den Oberschenkeln, nah an der Hüfte und dann gestreckt sein lassen des Rückens. Gesäß ein wenig nach rechts, Oberkörper nach links in die Mitte. Also wichtiger ist hierbei wirklich diesen entspannt den Rücken gestreckt sein zu lassen. Möglicherweise sogar ohne das Gesäß schwenken. Das ist wirklich nur minimal. Wir machen ja hier keine Hochleistung. Die Hochleistung besteht in Lächeln und bei sich sein. Das ist die Hochleistung. Und immer wieder kurze Pause einrichten, locker werden. Und einmal auflösen und nachspüren.